100.000 Briefe pro Tag, 100.000 E-Mails pro Tag und noch 20.000 Faxe. Das ist das Problem. Ein Versicherer kriegt einen Brief. Und jetzt haben wir ganz komplexe IT-Systeme, die das automatisch auslesen. Meine Frage an dich, Christian. Ein Versicherer kriegt ein paar Briefe. Wo ist denn da das Problem? Ein paar Briefe wäre kein Problem. 100.000 Briefe pro Tag, 100.000 E-Mails pro Tag und noch 20.000 Faxe. Das ist das Problem und dafür braucht es komplexe IT-Systeme. Die Ablösung komplexer IT-Systeme in der Versicherungswirtschaft ist nicht leicht. Meine Frage an dich, wie macht man so eine konkrete Umsetzung? Am besten mit nicht komplexen IT-Systemen, aber konkret. Definieren Sie, was Sie wollen. Bringen Sie es der Software bei, denn dafür ist es eine KI-Software. Testen Sie, ob es funktioniert und dann nehmen Sie das in Produktion. Und wenn dahinter ein starker Technologiepartner steht wie die MSG, dann können wir vorne die 100.000 Briefe pro Tag hinten an die MSG übergeben und zwar vollautomatisch.